Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wir tauchen heute bei dieser Ausgabe des Tele-Stammtischs ein in die magische Welt der Prinzessin Elliot. Alien, Elina, irgendwie so, in dem Film Spellbound, der jetzt auf Netflix startet. Und das mache ich zum Glück nicht alleine. An meiner Seite ist der liebe Johannes. Hallihallo. Hallo Johannes, Johannes, Johannes. Und mein Name ist Kathi. Und ja, wie gesagt, heute geht es um Spellbound, der neue Netflix-Animations-Musical-Film, der ab 22. November auch auf Netflix obviously startet. Und Johannes, magst du ganz kurz die Handlung zusammenfassen? Das mache ich sehr gerne. Wir sind im magischen Königreich Lumbria. Und die Teenager-Prinzessin Elian führt das Reich, weil sie hat ein großes Problem. Ihre beiden Eltern, König Solon und Königin Elsmeer, sind in große, gefräßige Monster verwandelt worden. Und das wird ja eine gewisse Zeit geheim gehalten. Aber wie Geheimnisse ganz häufig so sind, sie können nicht ewig geheim gehalten werden. Und die beiden Monster brechen aus und das Königreich ist in Aufruhr. Und dann begibt sich Elian mit ihren beiden Eltern und einem kleinen Wesen, ich weiß gar nicht, wie ihr kleines Haustier da, was auch immer es sein könnte, es ist flauschig, auf eine Reise die beiden wieder in menschliche Gestalt zu verwandeln. Ja, genau. Und ich glaube, dass aus deiner Zusammenfassung auch hervorgeht, dass Alice ist ein Animationsfilm. Und wir können ja gleich damit ja mal anfangen. Aber ich fand den, also stilistisch fand ich den wirklich wunderschön. Also dieses ganze Königreich schaut, finde ich, super aus. Und ich muss auch sagen, dass sich all diese Kreaturen, die es dort gibt, also du hast schon, ich glaube Flink heißt das Wesen, diese, ich glaube, rosa Ratte nennen sie es teilweise. Schaut so ein bisschen aus wie so ein Furby. Nicht so ein Furby, da gibt es ein anderes Spielzeug. Egal, fallen wir sich das ein. Und auch, es gibt so, was sind das? Hux, Hasen, Tiger-Mischlinge mit Flügeln, die, finde ich, auch wunderschöne Kreaturen sind. Und alles in allem, muss ich sagen, hat mich das sehr angesprochen. Wie geht das dir? Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass eine super hohe Animationsqualität hinter, das ist man ja nicht unbedingt von allen Netflix-Animationsquellen so gewohnt. Also es gibt auch super positive Beispiele, wie Mitchells gegen die Maschinen zum Beispiel. Oh ja, absolut. Aber, also der hier ist visuell sehr klassisch, aber man muss auch sagen, der ist knallbunt, der ist sehr, also ich würde fast sagen kitschig. Also der sieht schon super flauschig, alles ist rund, alles ist lieb und nett, es gibt nichts Böses, also das ist wirklich sehr, sehr kindgerecht. Aber ich finde auch, am Anfang war ich so ein bisschen abgetönt, habe ich gedacht, ist mir das too much? Also ist mir das zu sehr magisches Königreich und ist das alles sparkling? Aber da sind immer so lustige Design-Ideen hinter, auch dass zum Beispiel die Wachen so gepolstert sind, weil die Monster natürlich die die ganze Zeit fressen wollen. Und da sind immer wieder so ganz lustige Ideen hinter, dann sind sie irgendwann in so einem Sandmeer, was sich dann bewegt wie ein Meer. Und das sieht super cool aus. Ja, ich finde auch, und es gibt auch, also wenn sie Geburtstag hat, die Wachen haben so ein Gitter vorm Gesicht halt und die haben so eine Tröte, so eine Geburtstagströte, die dann genauso da durchgeht. Also ich finde dann auch, ich finde, der hat, also das ganze Bunte und das alles, das stört mich generell nicht, das mag ich, aber ich finde auch, ich finde den sehr kreativ. Der hat so viele schöne Ideen und sie begeben sich dann halt auf die Reise, um ihre Eltern wieder in Menschen zu verwandeln und in diesem Wald, der heißt irgendwie, der Dark Forest of the Darkness, glaube ich, weil er zweimal dark, weil er so finster und geheimnisvoll und gefährlich ist. Und da wird ja auch gesagt, dass eigentlich diese Darkness, also die Finsternis kommt durch halt negative Gedanken und ich finde das alles sehr schön visualisiert. Sie sind dann auch in so einem Baumstammtunnel und wenn sie was Positives sagen und sich verstehen und sie mit den Eltern zurechtkommen, und auch mit dem Flink, zu der er gerne auch keine Buddy-Switch-Komödie nebenbei hat, zurechtkommen. Da kommen so Türkise Blasen aus ihren Mündern raus und alles ist fröhlich und sie können auf diesen Blasen herumschweben. Also weil sie zum Streiten anfangen, kommen tatsächlich so blitzartige, rote Zickzack-Muster aus ihrem Mund raus, die sie auch verletzen können und dass sie eigentlich auch physischen Impact auf andere Lebewesen in diesem Ding haben. Und das fand ich alles sehr, sehr cool, also das mal zu visualisieren, wie auch Sprache und das alles Menschen verletzen kann zum Beispiel, weil das ist ja eindeutig, was damit gezeigt wird, dass auch wenn es nur, und einfach sagen, Worte sind, die einen starken Einfluss auf die Gefühlslage oder auch das physische Wohlsein anderer Leute haben können. Und das fand ich alles sehr, sehr cool und sehr schön gelöst, so visuell. Ich weiß nicht, was mit dir damit ging. Total, das ist eine ganz tolle Szene, auch der Ausbruch. Also wenn sie mit ihren beiden Eltern flieht, dann kriegst du so ein magisches Amulett, was alle möglichen Fähigkeiten macht und sie kennt es halt selber noch nicht. Und da werden immer ganz schöne Ideen gesammelt. Also dann wird zum Beispiel das Tor geschlossen und dann geht da halt so ein Wasserfall runter und dann wollen sie es halt irgendwie aufkriegen und dann kommen halt aus dem Wasserfall so Hände raus, die das Tor öffnen. Und da gibt es so viel, also das ist schon wirklich ganz zauberhaft und auch, wie du sagst, diese Message, also es ist natürlich eine sehr kindgerechte, ich könnte auch sagen, gesatte Message. Seid lieb zueinander. Das ist eigentlich wirklich die ganze Botschaft des Films. Aber die wird immer schön gelöst, weil halt auch immer diese Dunkelheit dann auftaucht. Also quasi wirklich diese, ja, die physische Umsetzung von unserem, wenn wir halt böse sind, dann gibt es halt Konsequenzen. Ja, aber das ist halt interessant im Film. Auch klar, die Message ist auf jeden Fall irgendwo so, seid lieb zueinander und harmoniert alle miteinander irgendwie. Aber, und irgendwann dachte ich mir schon, dass es in die Richtung geht, aber das ist am Anfang, finde ich, auch nicht so klar. Irgendwann wird die Message auch noch tatsächlich, es ist auch okay, wenn sich Sachen ändern und wenn sich nicht mehr alle verstehen, solange man noch respektvoll miteinander umgeht. Und das fand ich irgendwann dann sehr schön in einem interessanten Bruch dann, was für Themen der Film tatsächlich, also ich will jetzt nicht spoilern hier, aber gut, es kann ziemlich bald drauf kommen, aber ich fand das sehr schön, was so Themen dann aufmacht und wie er mit diesen ganzen Themen dann auch umgeht. Total, ich finde ihn inhaltlich überraschend progressiv, gerade wenn man sich so aktuelle Entwicklungen anguckt, keine Ahnung, Inside Out 2, der, ich kann verstehen, wenn man den ganz, ganz zauberhaft findet, aber das ist so ein Film, der sich inhaltlich gar nichts traut. Also der ja wirklich so, er zeigt Pubertät, aber alles, was irgendwie vielleicht was anecken könnte, das wird halt irgendwie, ist da nicht drin. Und dieser Film ist, finde ich, der wirkt dadurch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil wir haben eine nicht-weiße Hauptfigur, wir haben so zwei magische Wesen, die man durchaus als schwules Couple interpretieren könnte, wir haben am Ende so auch wirklich diesen Bruch, der so dargestellt wird, die Veränderung, also der ist da total progressiv, also ich finde, wie so Filme eine Zeit lang, wie auch Red zum Beispiel, den wird man, glaube ich, heute nicht mehr so drehen. Und das ist schön, das doch noch mal zu sehen, dass es geht, in so einer kindgerechten Form, so was reinzupacken, weil wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren in den USA ja leider so was nicht mehr stattfinden wird. Ja. Also ich finde wirklich, eigentlich die Botschaft und alles, was er dann zeigt, wo er hingeht, finde ich wunderschön. Und du hast auch schon gemeint, sie bekommt dieses Amulett, mit dem sie dann irgendwie Magie machen kann. Und ich finde es einfach sehr schön, dass man hat das oft, vor allem auch so Kinderfilme, würde ich jetzt mal sagen, dass man dann eine Hauptfigur hat. Und die ist, also ich meine, die ist jetzt 15 in dem Film, aber machen wir es, die Jünger machen es auch in dem Alter. Und die sind dann diese, entweder diese sehr perfekten oder diese ultra smarten oder diese, also einfach diese flawless Characters, die wissen schon alles, die können schon alles, die sind schon, weiß nicht, viel zu smart, viel zu weit für alles. Aber es ist wirklich so, sie musste von einem Tag am anderen halt ein König gleich reiten, weil ihre Eltern halt nicht mehr konnten, weil sie Monster sind. Aber man kriegt es ja auch von ihren Ministerinnen und Ministern mit, dass das alles nicht ideal ist, wie das gerade abläuft. Und dass sie obviously auch noch in einem Lärmprozess ist und nicht perfekt ist. Und auch wie sie dann versucht, diese Magie zu nutzen, das ist alles nicht perfekt. Und das fand ich sehr schön. Voll. Ja, also natürlich haben wir wieder eine super, also es ist ja auch im Animationsfilm so irgendwie super normschöne Menschen quasi. Aber sonst bin ich bei dir. Das ist halt einfach wie ein aufgewecktes Kind, was in diese Rolle hineingedrängt wird und sich dann selbst irgendwie verpflichtet sieht, diese, ja, sich der Herausforderung zu stellen und dann halt auch mal zwischendrin scheitert. Oder auch am Ende, also sie hätte, das finde ich eine ganz starke Sache, sie hätte das alleine nicht geschafft am Ende. Mhm. Absolut, ja. Und trotzdem will der Film nicht auf, also mit Gewalt dann ein, ich sage jetzt mal, ein normschönes Happy End finden, weil das tut er nicht. Ja. Und das finde ich sehr schön, dass er trotzdem sich seine, oder die Probleme, die es in dieser ganzen Beziehung, in diesem ganzen Familienkonstrukt gibt, die sich eingestellt haben, dass die Familie auch anders existieren kann, dass es nicht immer nur die Eltern mit ihrem Kind sein müssen, dass doch andere Konstellationen möglich sind, die für alle funktionieren, und die, wenn sich alle zivilisiert verhalten, trotzdem für alle das Beste sein können. Und das fand ich echt stark von dem Film. Auf jeden Fall. Gut, wir haben noch eine Sache zumindest, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, nämlich das ganze Ding ist ein Musical. Das war mir nicht bewusst, wie ich da reingegangen bin. Ich habe auch keinen Trailer gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das im Trailer gezeigt wird. Mich stört sowas ja gar nicht. Ich liebe Musicals, ich nehme das einfach so hin. Aber wie ging es dir damit? Ich wusste das auch nicht und der Trailer zeigt das auch so nicht. Aber das ist ja in diesem Jahr durchaus üblich. Das war letztes Jahr bei Wonka schon der Fall. Das war bei Joker 2 auch so ein bisschen der Fall. Ich weiß gar nicht. Bei Joker 2 wusste man das, oder? Ja, aber in den Trailern wurde es ja nie so groß geladelt. Ich weiß auch gar nicht, ich habe den letzten Wicked-Trailer nicht mehr gesehen. Das wird ja auch ein Musical. Ich weiß nicht, wie viele Songs da im Trailer tatsächlich gezeichnet werden. Gut, aber das ist ja die Adoption von dem Musical. Das stimmt, das stimmt. Genau. Ich bin jetzt gleich interessant gespannt, was du dazu sagst, weil wir konnten das ja vorab sehen per Screener und ich habe gesehen, du hast es hier erst gesehen, du hast es auf Englisch geguckt und habe gesagt, ich gucke mal einfach bewusst auf Deutsch. Und die Songs sind synchronisiert. Ah, okay. Was ich gemessen, weil es ein Animations-Film ist, auch für ein ganz, ganz junges Publikum, das muss man schon sagen. Also Netflix kriegt ja keine FSK, aber ich würde mal sagen, der hätte eine Null bekommen, glaube ich, wenn es eine FSK gegeben hätte. Ja, obwohl das mit diesem Gedankensturm und so, das ist teilweise sehr gruselig mit diesen Biastern. Aber ja, also irgendwas, eine Null oder eine Sechser im schlimmsten Fall. Genau, dementsprechend finde ich es gut, dass das synchronisiert worden ist, weil englische Songs versteht ein ganz junges Publikum nicht. Die Songs waren aber nicht so catchy, oder? Also ich weiß, ich hatte nicht so einen Banger, wo ich gedacht habe, geil, ich singe mit. Ja, also das stimmt schon, würde ich jetzt auch so sagen. Aber ich fand jetzt an sich für die Geschichte, fand ich, haben sie gepasst. Und auch so, wie sie in die Story integriert wurden, mochte ich das. Aber du hast schon recht, da ist es keiner, der mir direkt hängen geblieben ist. Vielleicht, wenn ich eine Nacht drüber schlafe, vielleicht mache ich morgen mit Ohrwuppen auf. Das kann ich noch nicht sagen. Das kann sehr leicht sein, aber das stimmt schon. Also jetzt so direkt einer, der mich catcht, war jetzt nicht. Aber ich finde, wir sind auch, dass es nicht störend, dass ich finde eigentlich, dass die Songs sich auch ziemlich nahtlos in die ganze Geschichte da integrieren. Ja, total. Also das sind halt so glatte Musical-Songs. Das ist irgendwie nichts, also nichts, womit ich nicht gerechnet hätte, wenn man weiß, dass es ein Musical ist. Dann bekommt man halt so sehr typische Songs, wo halt dann so irgendwie gesungen wird, was die Charaktere denken, fühlen und so. Und das, ja, meint die Waren für mich vielleicht so ein Tick zu lang, aber sonst, ja. Ja, ich schaue noch, also ich glaube, der hat, also der Composer ist Alan Mecken und der hat auch sehr viel für Disney anscheinend gemacht. Aber, also, ich glaube, es ist kein Soundtrack, den ich in meine Playlist hauen werde. Das kann ich, glaube ich, sagen. Aber das ist ja sowieso interessant, was für Leute da hinter den Kulissen sind. Also das ist ja von Skydance produziert. Das ist ja die Firma von, also das Studio von John Lasseter, der ja mal bei Disney und Pixar war. Und Vicky Jensen hat da Regie geführt, die unter anderem bei Shrek, dem ersten Film mit Regie geführt hat. Genau, ja. Also ich finde, man merkt schon dadurch, also sie ist halt sehr gepolished. Ich finde, man merkt, da sind an allen Teilen irgendwie Leute am Werk, die Ahnung haben, was sie da machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde auch, man kann dem Film, also man kann dem Film vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er also sehr einfach ist. Aber ich finde trotzdem, dass er eine gute Botschaft hat, die auch eigentlich nicht einfach ist, kindgerecht darzustellen. Das macht er, finde ich, sehr gut. Aber der schaut sehr gut aus und der macht einfach Spaß. Und ich finde so für einen, also ich finde auf jeden Fall, das ist einer der besseren Netflix-Produktionen und einen, den man sich auch einfach anschauen kann und auf jeden Fall einfach jetzt, da gehe ich mal zwei Stunden, da gehe ich so 1,50, auf jeden Fall eine gute Zeit damit haben wird, würde ich sagen. Voll, ich finde das halt gerade auch beim aktuellen Wetter, ist so der perfekte Film, für so einen Sonntagnachmittag auf Account. Genau, ja. Wenn du mit der Familie nach dem Motto, okay, du hast Nachrichten geguckt und denkst, oh nein, die Welt geht unter, dann guckst du dir den an und denkst, geil, die Welt ist doch nicht, also es gibt noch Hoffnung. Es ist einfach so ein schönes, buntes Ding einfach. Ja. Es ist so ein Film zum Knuddeln irgendwie. Ja, genau. So wie man alle Figuren, die da auch knuddeln möchte. Ich finde die alle absolut süß. Diese ganzen Viecher, die da rumlaufen, finde ich alle sehr, sehr knuffig. Voll. Okay. Hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Nö, ich glaube, wir haben alles gesorgt. Sehr schön. Dann, wie gesagt, der Film Spellbound läuft ab 20. November auf Netflix. Ich glaube, von uns beiden, wie du schon gemeint hast, so für Sonntagnachmittag Decke einkuscheln mit Tee oder so, ist das eine absolute Schauempfehlung. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man Netflix eh hat. Dann den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Wir haben auch eine Disco-Server jetzt. Ihr könnt uns auf Spotify, Apple Podcast, Insta und sonst noch überall finden. Ich bedanke mich bei dir, Johannes. Vielen Dank bei dir. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.